das ist ganz wichtig die welt hat darauf gewartet das neue moonraker was da so toll dran alles wie alles also das ist schon die sperrspitze und eine neue ära bla bla neue ära sag mal light mtb das bedeutet doch du verkaufst die fahrräder noch teurer weil sie noch weniger können noch leichter sind so sieht es aus ist aber viele hersteller haben ja mittlerweile motoren im programm die leicht sind ich habe gehört bosch baut jetzt auch was ganz vergessen ist kein richtiger motor der essex für leiter mtb das ist in unseren augen der fehlerentwicklung tq geht der kompletten anderen weg du siehst ja haben wir ja schon mal vorgestellt mit simplon track hat es ja auch ist wirklich ein faustgroß es ist so klein 50 newton meter leise halbe cola dose ist das halbe cola das ist wirklich so der ist sehr leise er ist unglaublich robust tq kommt ja aus dem zulieferer bau von teilen für die automobilindustrie luftfahrt genau die haben ja wirklich einen tollen motor hier der hrp 50 hrp 50 hat 50 newton meter wie der name schon sagt leise sehr sehr klein und es gibt designern einfach die möglichkeit designtechnisch im fahrrad vieles anders zu machen der neue bosch s6 ist einfach viel zu groß sie haben auch denke ich mir aus vielem gelernt du weißt du noch bei highbike gab es ja den tq motor der ganz hervorragend ist mit einer software allerdings mit einer steuerung von highbike das hat nicht so gut funktioniert hierbei hast du die steuerung also alle elemente aus dem hause tq genau sowohl das display als auch das remote motor alles in einem auch der akku ist halt auch tq und es funktioniert einfach viel 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 besser vor drei jahren haben sich die ingenieure von mandraker zusammengetan haben gesagt wir machen eine neue ära wir wollen einfach ein leiter mtb bringen auf dem markt was einfach nonplusultra ist und es hat drei jahre gedauert bis sie dieses fahrrad entwickelt haben es ist quasi das zusammenschluss von foxy also das bekannteste bio fulli von denen und das crafty das crafty haben wir ja schon oft bei dir gedreht und dieses fahrrad habe ich tatsächlich vor fast einem jahr genau einem jahr in spanien gesehen wir durften es euch ja nicht sagen ein paar videos habe ich immer so ein bisschen angedeutet dass man doch ja auch ein light mtb auf den markt bringt und jetzt ist es in ganz kleinen stückzahl lieferbar was ist das besondere bei dem rad also wir haben die montraker typischen vorteile die wir von anderen rädern kennen auch hier heißt kurzer vorbau vorbad geometrie sehr direkte lenkwinkung jetzt richtig schön mein rad drinnen die schwer ist mein schwergewicht ist richtig schön tief das habe ich alles was ja noch gemacht haben bei dem zero suspension system das ganze ist ein bisschen tiefer gegangen das führt dazu dass mein dämpfer noch mal effizienter wird siehst du ja ist noch mal ein stückchen vielleicht fangen wir mal ganz von vorne an erst mal die optik wenn du jetzt das hier von der seite siehst optisch würdest du sagen das ist kein e-bike wirklich also wirklich das ist der wahnsinn also ich hab noch mein iphone dran damit die leute sehen wie das wie dünn das oberrohr ist es wirklich sehr 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 filigran ist gerade mal so noch iphone dick das ist also es geht ja darum ich war jetzt in wistler in kanada mal große serie gedreht haben wir uns auch eine eigene folge wistler zwei tage zwei folgen sogar kommen demnächst und da sind bike parks die machen das ganze ja seit 30 40 jahren kommt jetzt immer mehr auch in deutschland da hast du viele downhill orientierte fahrräder hierbei geht es ja um das thema rückenwind das heißt also hier kannst du zum beispiel auch mal berge hoch fahren du kriegst richtig viel druck vom motor wenn du es brauchst aber du hast eigentlich vom fahrgefühl her wieder ein ganz normales mountainbike genau das ist das besondere du hast einfach super effizientes fahrrad was vom fahrgefühl her richtung mountainbike also bio mountainbike gilt viele sagen die sagen hey es ist ein mountainbike ja ja bio mountainbike weil e-bike ist ja schwerer wir sind hier bei dem topmodell rsl unter 18 kilo und das ist halt das besondere an dem fahrrad wo ich dann wirklich unterstützung habe aber trotzdem die performance von einem bio mountainbike was total krass ist ist die kombination aus der batterie und dem motor die reichhäte ist nämlich gar nicht viel weniger als bei bosch performance x mit 750 watt stunden du hast hier glaube ich weniger das besondere ist der motor und akku wiegen beide gleich 1,8 kilo 1,8 kilo das heißt wenn du die rausbauen würdest 4 kilo leichter fast das ist komplett carbon das ist ein komplett carbon chassi der carbon rahmen wiegt genau zwei kilo das ist so das beste was momentan auch möglich ist kannst du mal einen gefallen machen ist einfach mal dahinter gehen und einfach mal mit einem arm mal hochheben weil 18 kilo das ist ein kasten bier das ist kein thema es geht ja auch darum du bist jetzt im trail unterwegs und da kommt denn der berühmte baumstamm das kennst du der ist umgefallen windböe liegt mitten auf dem weg was musst du tun drüber springen du holst die kettensäge und nee du springst drüber du springst nicht drüber du nimmst dein mountainbike schulterst das auf weil ich rede ja von richtigen baumstärmen du du springst über baumstärmen würde ich auch mal machen aber wenn ich wieder in form bin ja das hat gerade mein baum ich habe übrigens abgenommen liebe zuschauer danke für die kommentare ja hat mich gefreut ich werde weiterhin daran arbeiten dass ich 100 kilo erreiche dankeschön weit weg eigentlich ja ich bin noch 30 kilo weit weg aber du warst noch schwerer du warst glaube ich 100 165 155 60 hatte ich in der spitzenzeit aber mit den zeiten ist es jetzt vorbei ich habe mehr zeit seitdem corona weg ist die nachfrage sinkt bei uns gott sei dank abends kann ich früher raus aus dem laden macht natürlich ja wir gehen mal kurz durch fox 36 das das ist jetzt kein 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 downhills der weg das hier ist eher so all-mountain oder was haben wir also 160 millimetre federweg reicht ja vollkommen aus für das was du fahren willst ne fox 36 haben wir hier ne bist du da der klingelt oder bin ich das ist nicht schlimm hört man nicht wir ignorieren es einfach 160 millimetre federweg hinten 150 millimetre federweg ich war ja dran das erklären also das ganze ist ja hier ein bisschen mehr nach unten verschmolzen hat den vorteil ich kann hier einen flaschenhalter dran machen da ist ein fitlock halter und hier auch ein range extender wenn ich will ist der stark oder wie bitte ist der stark der range extender 160 watt schon also du machst halt wieder 50 prozent mehr reichweite wenn du willst oder du nimmst zwei flaschen mit ist jetzt möglich viele kennen ja in dem fahrrad dreieck passt nur entweder ein schloss oder nur ein flaschenhalter hier habe ich halt beide weil mein suspension system einfach ein bisschen mehr nach unten also noch mal der range extender sieht doch aus wie eine flasche so und davon könntest du einfach hier reingeklickt zack und hier angeschlossen das kommt immer mehr dass über die ladebuchse jetzt die range extender auch adaptiert werden das habe ich bei bosch jetzt gehört ja tq war oder shimano hat damit angefangen dann kamen yamaha und bosch ist eine der letzten die damit gekommen sind so also fox ausstattung komplett sehr leichtes chassis die batterie die ist wahrscheinlich hier mittelrohr oder die ist im mittelrohr und eine besonderheit ist kann die batterie auch raus nehmen jetzt jetzt nicht aber ich kann die batterie ohne kann sie ausbauen die kann sie rausnehmen also ist herausnehmbar ist nicht fest verbaut da da unten oder ist die klappe okay das heißt du kannst darauf klicken kannst sie rausnehmen kann ich das denn trennen wenn ich das fahrrad zum beispiel mitnehme im flugzeug kann ich sagen ich habe genau ich habe einen händler zum beispiel der hat so einen akku in ibiza oder so du kannst den akku auch in manchen fluggesellschaften mitnehmen weil er unter 400 watt stunden ist 400 watt schon haben ja meiste fluggesellschaften als regel ist hier auch der fall dann das sind diese neuen die die spezialverschlüsse wenn du mal den leuten erklärst wie das funktioniert weil wir haben ja gerade bei solchen fahrrädern sehr viele ersttäter die schon lange nicht mehr unterwegs sind die eigentlich genau sowas gesucht haben was ganz leichtes was nicht aussieht wie ein e-bike was ich auch nicht anfühlt wie ein e-bike wenn es fährst und die haben gesagt naja die e-bikes diese diese panzer ist mir alles viel zu schwer 28 kilo und so weiter wie wie fühlen sich denn zehn kilo weniger an in der praxis ist das eine welt ist schon eine welt ja das ist wirklich im ballen der motor ist viel viel harmonischer unterstützung das rüttelt ja nicht auf einmal wie so wie der burscht zählst oder so das ist ja immer da wie du es brauchst und du kannst einfach viel mehr technisch anspruchsvolle trails damit bewältigen wie jetzt normales e-bike so und sag mal bitte wie geht der an du drückst einfach drauf ich kann ja nicht aber zum glück habe ich ja dich so was sieht man jetzt die balken das zeigt einmal wie viel batterie du hast da ist jetzt 99 prozent geladen und du kannst dann hier plus minus ich zeige mal gerade da oben genau das ist drahtlos das drahtlos genau drei stufen hast du und anhand der ringe hier siehst du in welcher stufe du bist jetzt in drei ringe oder bist du in der höchsten stufe da oben ich zeige es mal gerade da oben sind drei ringe da kann man sehen ja ich habe mir ein neues ganz neues motor gekauft habe ich dir schon erzählt nein ich habe mir eine honda forza 750 roller gekauft mit 750 qb warum erzähle ich das der roller der sieht nicht aus wie ein roller der hat eigentlich ist eigentlich ein motorrad und das hat mich dann angefixt und ich glaube dass es hier genauso ist ja dass die leute sagen hey ich wollte nicht mehr schalten weil ich seine hüfte ab rechts weiß wenn er da dauernd so sitzt wie so ein bock auf dem schleifstein und irgendwie rum bist dann kommt es auch mit hinzu ich glaube dass so das thema zum beispiel bunnyhop also was haben wir uns abgemüht damals noch bei den videos vor drei jahren du weißt wo die mit den fetten e-bikes versucht haben in bunnyhop zu machen all das geht hier jetzt viel einfacher ja klar es ist dann geht in richtung biobike und ja das ist einfach eine neue kategorie an sich also leite mtb und mt oder e mtb das sind wirklich zwei verschiedene paar schuhe und bremsanlage was hier dran sram bist du gerade dabei g2 g2 von sram dann hast du hier natürlich sehr schön integriert die halter das siehst du hier und diese diese schutzmechanismen die hier angebracht werden und eine sram gx was ist gx gut sehr sehr präzise und sehr sehr zuverlässig ja also du kannst auch die neue gx drauf machen die gx axs die jetzt rauskommt ohne schaltauge jetzt macht ja sram nach und nach kein schaltauge mehr 30 also ob es schon mal gesehen hast bye bye schaltauge es geht dann direkt hier an die achse das ist schon achsen ready sprich wenn ihr da in zukunft das ding abfährt und die schaltwerke die jetzt in zukunft kommen kann man auch hier direkt an der achse machen da braucht ihr kein schaltauge mehr das ist immer so ein problem schaltauge ist immer ein bisschen verbogen das ist geschichte schon das ganze auch machbar dankbar ist auch bei sram so du kannst alles tauschen untereinander du kannst sogar die drahtlose schaltung nachrüsten das würde gehen alles kein problem alles untereinander ist kompatibel bei stram zwölffach eagle zwölf gänge habe ich fünf 52 zähne also 520 übersetzung auch die sind auch alle ebike ready also heißt nee quatsch ich nehme zurück bei denen kannst du wieder drei gänge auf einmal schalten weißt du warum der hat weniger drehmoment ja genau das heißt bei 50 newton meter kannst du drei gänge auf einmal schalten da bist du wieder im bereich ganz normaler fahrräder und bei den e mtb hast du den e shifter da kannst du nur eingangs schalten damit du die kette kassette schont ja schönes fahrrad für viele die moonraker nicht kennen haben wir viele kommentare unter geschrieben heißt ja gar nicht moonraker ich sag immer mondraker du sagst moonraker ist jedem du hast du mir gesagt am anfang ich soll moonraker sagen das klingt cooler weil du auch so james bond fan bist und so krass aussagen also jedem ist es überlassen wir wollen wo werden die konzipiert alicante spanien das sind vier ehemalige downhill fahrer die einen sponsor gesucht haben und irgendwann haben sie ihre eigenen rahmen gemacht und irgendwann haben sie gesagt hey lass mal eine firma gründen haben sie dann auch gemacht irgendwann mal dachten sie ja hier lassen wir exportieren unsere räder sind ja 1a hatten sie auch recht und dann ja wurden die jedes jahr größer und jedes jahr sagte chef das ist unsere beste produktpalette die wir hier hatten ein jahr später sagte das gleiche noch mal also die bringen wirklich für jahr für jahr wirklich tolle produkte auf dem markt wir sind auch mit der firma sehr sehr zufrieden auch designtechnisch sind sie ganz vorne dabei das fahrrad gibt es in drei verschiedene versionen das ist das need air und dann gibt es dann need air air und need air r sl zeigen wir wenn du nächstes mal da bist die habe ich leider jetzt verkauft das need air ist farbtechnisch auch sehr gelungen ich weiß nicht was du so dazu sagst aber ist wirklich du das ist ja auch geschmackssache das wichtigste ist wie sie es fährt und das ist die frage die farbe die farbe ist auch wirklich sehr 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 elegant kannst du auch mit ein bisschen folie hier von 3m kann man schon viel machen bei dem rad wird es wirklich sehr schön der trend gibt bei vielen herstellern die schreiben speziell hersteller die nicht so auftreten möchten gabel hersteller die schreiben ihre marke gar nicht mehr auf die gabeln drauf so dass man sie gut sehen kann du weißt wenn ich meine sun 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 tour zum beispiel ja die haben high end gabeln aber da steht nicht mehr sun tour weil die irgendwie sagen wollen wir gar nicht mehr so sehen aber moonraker macht es doch sehr plakativ das logo sieht ja auch richtig schön aus ja hier stets 7999 euro dieses fahrrad schreit ja schon nach bike leasing wie wie funktioniert das dass ich bis zu 40 prozent sparen kann das angeb anbietet dann also die firma macht einen rahmenvertrag mit der leasing gesellschaft bike leasing jobrad bis es bei deutscher dienstrat es gibt ja mittlerweile tausende und dann kommt der mitarbeiter zu uns sucht sich das fahrrad aus wir legen das in dem portal an die halt mit der firma arbeitet und dann könnte das fahrrad dann quasi bei uns zwei tage ich muss es nicht bezahlen direkt es wird später vom gehalt abgebucht aber vom brutto gehalt das ist cool nicht vom netto gehalt nicht vom netto gehalt am ende des jahres sparst du natürlich steuern weil du dann diese steuer umwandlung hast ja und der arbeitnehmer kann sogar die mehrwertsteuer absetzen das ist coole also das der vorteil kommt ja dann brutto inklusive mehrwertsteuer die rate nämlich an oder ich sag ja da ist es ja zu sagen liebe zuschauer das moonraker heute name noch mal von moonraker wie heißt neid neid das moonraker neid er wahrscheinlich werden wir das neid in den nächsten fünf sechs jahre viel viel öfters in den tests und zeitschriften sehen die neue ära hat angefangen und bei uns stehen schon die ersten physik zusammen heute auch noch mal das simplon drehen was wir letztes mal gedreht haben da können die leute den vergleich sehen das war ja auch mit tq motor und auch sehr filigran gemacht stimmt haben wir gezeigt haben leute das video gesehen eigentlich glaubt schon wenn sie nicht da maxis das ganze kriegt man bei switchbike bornemann du bist marketing spezialist muss man sagen kennst dich aus mit kontrastverhältnissen bei logos ich zeige es mal gerade schwarzer adler auf schwarzem grund das war unsere schulz hat an die folie firma er hat damals einen ganz großen fehler gemacht tolle tolle idee man kann nämlich sehr gut switchbike lesen und das bornemann kann man auch gut lesen wie ihr seht aber da vorne steht es wir sind in gießen und aber ihr habt es nie geändert ihr habt den fehler so gelassen wie es ist die haben sie geklebt erst dann haben wir ja gesagt wir haben euch ein weißes logo geschickt aber ja nächstes jahr oder so wenn ich die scheiben neu foliere mache ich das aber fahrräder könnt ihr verkaufen deswegen ist nicht so schlimm und das ganze ist in gießen heute an bekannt mittlerweile wir brauchen gar nicht unsere namen auf genau ihr könnt den laden ihr könnt den laden vergraben 20 meter unter die erde leute würde ich aber trotzdem finden uns donnerstags ruhetag das ist ganz witzig wir drehen nämlich heute am donnerstag hier stoßen sich schon die die leute mal in die nase aber es ist so einmal am tag muss man ja samstags bis 16 uhr tschüss schauschen